In Westfalen sagt man Trainer. Und das können wir nicht als Trainer benutzen, weil da ist nicht jugendfrei. Und was auch ganz wichtig ist, überleben auf Partys ist ja sozusagen auch ein bisschen ein satirischer Ratgeber. Ich kann mich gegenseitig mit Wrestling-Bewegungen in den Nudelsalant schmeißen und schreien. Und Kegelclubs machen mir Angst, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war so anstrengend, ich käme mit mir selber als 20-Jähriger überhaupt nicht zurück. Du bist doch auch so ein Ferkel, du! Wenn ich mich hinsetzen soll und atme, dann wäre ich schon aggressiv. Langsam steigt ihm ein säuerlicher Gestank in die Nase. Er kennt ihn, da er öfter in Feuchtgebieten auflegt. Das ist ein Riesenphänomen, die reiben immer ihren Nippel. Wieso seid ihr so entspannt? Nehmt ihr alle Ritalin oder was? Kommt sowieso an den Start, was kommen mag. Das darf doch nicht wahr sein. Ich hab noch auch hier keinen Spaß. Das war doch bei Stern-TV am Mittwoch. Alter, Japs, Thomas, als das Lied zu Ende geht, an den Bus gelehnt. Wenn man das Bier hier drin in Kilo umrechnet, hab ich heute Abend schon zweimal meinen kleinen Sohn besoffen. Jetzt machen wir, was wir schon mit 15 hätten machen sollen. Die Lücke in unserer Biografie. Also ein Phänomen, das selten mal thematisiert wurde bis jetzt. Ein DJ eingeladen wurde, der für alle spielt. Und wer für alle spielt, der spielt ja für keinen. So trunken kommen wir nicht mehr zusammen. Hahaha 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 Hahaha